Nulldimensionale Gitterfehler Punktfehler, also nulldimensionale Gitterfehler, sind Defekte in der Gitterstruktur, die nur die Ausdehnung eines einzelnen Atoms besitzen. Man unterscheidet zwischen Leerstellen, eigenen und fremden Zwischengitteratomen und Substitutionsatomen. Leerstellen sind abhängig von der Temperatur. Dabei ist die Konzentration der Leerstellen gering bei niedriger Temperatur und steigt exponentiell mit steigender Temperatur an. Diese Art von Gitterfehlern kann durch zwei Vorgänge erzeugt werden. Erhöhung der Temperatur und Verformung. Für ihre Entstehung benötigen die Leerstellen eine so kleine Bildungsenergie, dass sie im thermodynamischen Gleichgewicht vorhanden sind. Zwischengitteratome Zwischengitteratome sind Atome, die sich in den Lücken zwischen den Atomen befinden. Die sich einlagernden Atome haben einen gleich großen oder kleineren Radius als die Atome des Grundgitters. Bei Zwischengitteratomen kann man zwei Fälle unterscheiden. Die eigenen Zwischengitteratome und die fremden Zwischengitteratome. Im ersten Fall wird ein eigenes Atom im Zwischengitter eingelagert. Im zweiten Fall wird ein fremdes Atom in das Gitter eingelagert. Diese sind vor allem kleine Atome wie Wasserstoff oder Kohlenstoff. Diese Atome sind entweder als Begleitelemente in der Legierung vorhanden oder wurden gezielt hinzulegiert. Ein Beispiel hierfür ist der Stahl, bei dem der Kohlenstoff zwischen den Eisenatomen eingelagert wurde. Substitutionsatome Als Substitutionsatome werden Fremdatome bezeichnet, die sich auf den regulären Plätzen im Kristallgitter befinden. Die Substitutionsatome haben einen ähnlichen Atomradius wie die Atome des Grundgitters. Voraussetzung ist ein Atomradius, welcher maximal 14% abweichen darf. Zusätzlich müssen die Metalle den gleichen Gittertyp aufweisen. Um die Eigenschaften der reinen Komponenten zu verändern, werden bewusst Atomsorten in sogenannte Legierungen gemischt. Beispielsweise bilden Aluminium-Mangan-Legierungen einen Substitutionsmischkristall. Weil die eingebrachten Fremdatome aber größere oder kleinere Radien als die Atome des Grundgitters haben, kommt es zu lokalen Spannungen im Kristallgitter und somit zu Gitterverzerrungen. Diese führen bei den größeren Substitutionsatomen zu Dilatationszonen und bei den kleineren Zwischengitteratomen zu Kompressionszonen im Gitter. Welche Auswirkungen haben diese? Je mehr Fremdatome vorhanden sind und je größer der Unterschied ihrer Atomradien im Vergleich zum Grundgitter ist, desto größer werden die Gitterspannungen. Je größer die innere Gitterspannung und je größer die Anzahl an Fremdatomen, desto höher ist die Festigkeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich nulldimensionale Punktfehler in drei Entstehungsarten aufteilen. Leerstellen, Zwischengitteratome und Substitutionsatome. Diese Baufehler sorgen für Verzerrungen und beeinflussen stark die Eigenschaften eines Metalls, wie beispielsweise die Festigkeit. Die Festigkeit 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 Untertitelung des ZDF, 2020